Guten Tag, mein Name ist Carsten Mumm, ich bin Chef-Volkswirt beim Bankhaus Donner & Reuschel. Ja, die internationalen Kapitalmärkte werden auch in dieser Woche vor allen Dingen unter dem Einfluss der weltweiten Corona-Pandemie stehen. In Südkorea, Japan und China befindet sich die Lage zumindest unter medizinischen Gesichtspunkten offensichtlich unter Kontrolle. Trotzdem hat die chinesische Notenbank am Anfang der Woche die Refinanzierungszinsen für Banken noch einmal gesenkt, um die wirtschaftliche Entwicklung dort zu unterstützen. Das Problem in China ist weniger die Situation im Inland als vielmehr die wegbrechende Nachfrage wichtiger Abnehmerstaaten, vor allen Dingen aus Europa und auch aus den USA. In Europa sieht es so aus, als wenn sich zumindest die Anzahl der Neuinfektionen, der täglichen Neuinfektionen langsam ihrem Höhepunkt nähert. Währenddessen stehen die USA aber im Epizentrum der weltweiten Pandemie mit mittlerweile über 140.000 bestätigten Neuinfektionen und täglich einer immensen Anzahl an neuen Fällen, die dazukommen. Vor diesem Hintergrund hat US-Präsident Donald Trump auch angekündigt, die bestehenden Ausgangsbeschränkungen nicht so wie ursprünglich mal angedacht nach Ostern zu lockern, sondern diese bis Ende April bestehen zu lassen. Ja, und damit bleiben die Unsicherheiten für Unternehmen und die Frage, wie heftig sind denn jetzt die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Volkswirtschaften natürlich bestehen und werden auch die Kapitalmärkte weiter beeinflussen. Und damit ist in dieser Woche mit einer eher abwärtsgerichteten Konsolidierungstendenz an den internationalen Aktienmärkten zu rechnen. Wenn Sie weiter auf dem Laufenden bleiben wollen, was die Entwicklung rund um die Corona-Pandemie angeht oder auch die Entwicklung an den internationalen Kapitalmärkten, schauen Sie bei uns auf der Homepage vorbei www.donner-reuschel.de oder folgen Sie uns in den sozialen Medien auf Twitter, LinkedIn, Xing, Facebook oder Instagram.